Leute, guck mal, die machen eine Party, die Aftershow-Party ist das. Guck mal, das machen sie eigentlich, wenn der Film zu Ende ist. Ja, endlich Pause. Ach, guck mal, der Baby. Der, ach, da hängt links dran. Da hängt er, ja. Der Affe. Oh, ein Terrain. Das stimmt. Ja. Die haben wir ja bisher noch gar nicht gesehen. Ja, mein kleiner Süßer. Wir müssen jetzt halt unbedingt reden bei Copyright Music. Oh, schöne Tastatur. Ja, den nehme ich auch. Aber Copyright Music, wie gesagt, ihr kennt das ja. Oh, guck mal, ich bin ein Parry. Du bist Blue-Parry. Lass mich ein Parry sein, bitte. Nee, warst du, das warst du doch vorher auch, weißt du doch? Nein, da war ich ein Raptor. Ach so, gut. Jo, und somit wir, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Lego Jurassic Park. Es beginnt. Ihr alle habt drauf gewartet, denke ich mal. Wir auch. Und zwar geht es los. Jurassic Park 3. Kauf ihn. Kaufen. Willkommen im Team, mein kleiner. Wer auch immer du sein solltest, ist unser Fahrer einfach. Warte, können wir denn alle hier kaufen? Komm, kauf mal den Dude da vorne auch. Den willst du auch noch kaufen? Okay, ich gucke mal hier. Kaufen. Carlos. Carlos, Muchacho. Komm mit ins Team. Ey, Hübsche. Darf ich dich auch kaufen? Hallo. La Familia. Kannst du die kaufen? Ich glaube, jetzt kannst du sie kaufen. Ah, ja. Haben wir. Gary, sie möchte von mir gekauft werden. Ich kaufe dich. Deidre Baumann. Ja, super. Das ist bestimmt Deidre Baumann. Das ist bestimmt die Frau von dem, den ich gerade gekauft habe. Das kann sein. Ah, das sind die von der Tochter mit den kleinen Mädchen. Vom zweiten Teil? Ja. Okay. Ich glaube, das sind die. Ja, Gary, dann würde ich sagen, einsteigen bitte. Jurassic Park 3 beginnt. Wetten, das wusstest du noch nicht. Oh, wetten doch. Die riesigen Vorspringer am Kopf des Triceratops lassen den Pflanzenfresser größer aussehen, wodurch sich Fleischfresser möglicherweise nach kleinere Beute umschauen. Hm, wenn sie Hunger haben, greifen sie trotzdem an. Ellen! Nee, das ist der Ding. Dr. Grant! Billy! Hier haben Sie die Resonanzkammer eines Veloziraptors. Das ist fantastisch, Billy. Einfach umwerfend. Aber leider müssen wir in vier Wochen packen. Dr. Grant? Paul Kirby. Kirby Enterprises. Amanda und ich, wir lieben die freie Natur. Wir waren fast auf jeder Abenteuer-Tour, die man überhaupt buchen kann. Ich habe ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir hätten Sie gerne als Führer. Und selbstverständlich möchten wir gerne einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Oha! Nimm mich gern. Geld, geld, geld. Money, money, money! Ey, jetzt wäre cool, wenn wir fliegen durften. Deckeln Sie mich, wenn wir da sind. Gute Nacht. Nicht-identifiziertes Flugzeug im Anflug auf Isla Sorna. Sie fliegen in einen gesperrten Luftraum. Alles klar. Oha! Oha! Alan. Alan. What? Alan. 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 Ich schätze, die suchen jemanden. Hat sie voll weird angehört. Alan! 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 Hey, Rick! Was machen die da? Sie beziehen Posten, aus Sicherheitsgründen. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit diesem Krach aufhören soll? Das ist keine gute Idee. Eric! Eric! Ist auch, ich hab sie gehasst. Ja, ich auch. Wisst ihr, Leute? Überall Dinosaurier. Überall könnten Dinosaurier sein. Eric! Hier sind wir, weißt du? Kompis! Weg, 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 weg. Nee, warte, die sind nicht böse. Warte, warte, warte. Die sind gut. Ich glaube, die waren böse. Die waren nicht böse, Gary. Ja, ja. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, sorry, okay. Ja, ja. Ich tötet. Ja, guck mal, weiß er. Die haben mich getötet. Die haben mich getötet. Gary, beschützt mich mal. Ich muss kurz die Pistole rausholen. Glaubt sie? Hä? Du hast doch keine Pistole. Doch, wie er vielleicht. Oh, guck mal, hier ein Leben. Oh, hier, guck mal. Hier, ist richtig Jackie Chan. Hier, guck mal. Alter! Ja, geil. Junge, er ist richtig drauf. Oh, guck mal, ein Smetterling. Ach, schade, ich konnte nicht töten. Smetterling? Ja. Oh, guck mal, kannst du da unten nicht reinkriechen? Oder wem brauchen wir? Den kleinen Jungen. Ich hab nen Enterhaken. Merkt ihr das? Ich hab nen Enterhaken und wir müssen den für irgendwas gebrauchen. Hier, guck mal, hier haben wir eine Information. Verwenden ein Seil wie das, das bei sich in Trinken... Hier, guck mal, hier. Rechts. Du hast angegriffen. Ja, ist mir egal. Oh, die Kompis. Leute, ich bin selten gestorben in diesem Spiel, aber es wird Zeit. Ja, wegen dir bin ich gestorben, Gary. Ich hab's gesehen. Du hast die Kompis auf mich gelenkt. Die Kompis sind bisher die stärksten Gegner hier. So, hier, pass auf. Guck mal, hier. Zack. Wie hast du? Und? Zieh, 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 zieh. Hab ich's gemacht. Ab rauf mit dir. Ich klettere hier hoch. Ich klettere hier hoch. Ich kann's runterreißen, aber ich kann nicht klettern. Ja, natürlich. Reißen wir die Liane runter. Ich sag mir kurz die Dinger hier ein. Wir brauchen Ellen. Ellen, hopp, rauf da. Wem brauchen wir hier? Okay, nicht ein Seildud. Gut. Also, ich hab hier oben eine Kompifreie Zone. Ja, ich nicht. Ich muss kämpfen hier und arbeiten. Hier, guck mal, hier. Ich hab was gefunden. Guck mal. Kompi, aus. Halt die Gutschen jetzt. Prostig. So, ich hab hier eine Liane. Na, was hab ich denn hier gefunden? Okay, rechts gehen wir nicht hin. Hast du gehört? Muss ich hier überhaupt lang? Ich bin hier die ganze Zeit alleine lang. Ja, hier. Oh. Ja, siehste. Geht doch. Okay. Ja, ja, komm mal hierher. Ja, ich guck gerade, wie ich da raufkomme. Nee, du musst zu mir nach hinten durch. Ah. Ja, ja, ja. Rechts, rechts lang. Rechts ist es? Hier, jetzt oben. Hier oben. Ah. Ah, da, guck mal. Easy. Ellen, kommen Sie bitte hoch. Und wir müssen jetzt... Ach, da links ist Kacke. Oder irgendwas zum Bauen. Na, keine Kacke. Zum Graben. Oder zum Graben. Ah, und damit können wir jetzt halt so hoch, wa? Ich baue? Ja, ja, baue, baue, baue. Ich geh schon mal rüber. Das ist die Wirbelsäule eines, ähm, Brontos. Nein, Spaß, viel zu klein. Ein Bronto? Oder ein Baby. Nein, das ist halt ein Knochen von niemandem. Okay, hier brauchen wir dich wieder. Wieso ich? Stimmt. Woher wusstest du, dass ich das habe, was hat der Kollege rechts gerade gehabt? Der hat irgendwelche Zugungen, das weiß ich gerade auch nicht. Ah, ich drehe. Meine Mission. Bitte gehen Sie rauf. Super. Ach, das war's schon. Ja, ja, hier hinten ist mein Job. Mein Job. Mein Job. Ja, dann schneid durch. Schneid das ein. Heier, 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 hohe, ähm. Nein, komm zurück. Boah, ich stell dir vor, man kann sich richtig Rand festhalten und dann warm wechseln wir. Frau, jetzt halten Sie einfach mal Ihr Maul. Halten Sie mal für fünf Minuten Ihren Rand. So, ich mach kurz. Gut, das Gute ist, ich muss einmal nur B drücken. Guck, warm. See? Nice. Und los. Amanda, Schatz. Dr. Grant sagt, dass das keine gute Idee ist. Ach, ich bin ja Mann. Ach, ja, stimmt ja. Ja. Dass du dein Maul halten sollst. Sie versteht es einfach nicht. Wir brauchen dich hier. Ja, ja, und ich brauche dich links da. Okay, ich gehe dahin, du gehst dahin. Ja, wir tauschen. So, meins ist, ich mache am besten B mal gedrückt halten, geht besser. Ich töte mich selbst, gut. Habe ich dazu gelernt? Naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich Treffer abbekommen habe. Ach, wir können bauen da raus jetzt. Und was war links? Warte, warte, noch nichts bewegen. Ja, dann, äh, beweg auch nichts. Warte, ich versuche, ich versuche. What? Warte, 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 warte. Da unten ist noch was. Hier. Guck mal, siehst du das? Ah, wir sind aber keine Frauen. Ah, wir brauchen die Frau. Okay. Dann lass uns kurz schieben, ja. Du machst das schon. Ja, ja, ich mach das schon. Los, du bist stark. Ich bin Alan. Nee, Alan. Alan. Du bist Alan. Wieder zurück ins Flugzeug. Hä? Wir wollten den Wettstein einsammeln. Wir wollten den Wettstein doch haben. Schnell ab ins Flugzeug. Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi, der schafft das schon allein. Ach, Cooper. Ja, das sehen wir, dass er ein Profi ist. Aber wir wissen ganz genau, er ist kein Profi. Niemand ist ein Profi gegenüber Dinosaurier. Außer Alan. Alan. Und John Hammond. Nein. Chopper, no. Moin. Das ist Puppe. Alles klar, er tötet ihn. Der Arme. Meldet, Meldet. Wir stützen ab. Nö. Wir hängen. Das ist ein Satellitentelefon. Ich, Sekunde. Du, 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 du. Mhm. Oh, Mann. So, der Klingelton. Du, 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 du. Oh. Oh. Äh, Moin, Meister. Äh, er sägt sich durch. Ach, dafür ist sein, äh, Dingsenten. Ja, ja, genau. Ah. Oh, oh. Ach, er hat ihn das Telefon gegeben. Aha. Ey, der Spinner sieht gut aus. Der sieht echt cool aus. Oh Gott, nein. Ähm, ich bin, äh, Billy. Oh, scheiße. Oh mein Gott, guck mal. Ja, 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 ich seh gerade. Links, rechts, äh, äh, Paras. So, warte mal. Äh, so. Oh Gott. Oh Gott, der kann weiß. Autsch. Autsch. Äh, er hat mich wirklich gemissen. Seit wann können die, also so, so. Ah, ich glaub, ich muss einfach nur in eine andere Richtung hin, wa? Glaub ich jetzt. Ich weiß zwar nicht, was ich da grad eingestammelt hab, aber ja. Ich auch nicht. Ey, ich komm gerade gar nicht, klar. Holy shit. Oh, das sieht nice aus. Oh Gott, para, 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 para. Ah. Gali, 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 gali. Hallo, Kinder. Ey, guck dir da hinten an. Ich guck gar nicht auf unsere Manikäcke. Ich guck da hinten. Nein, da oben. Nein, da ist schon wieder einer. Autsch. Autsch. Ähm, okay, ich muss jetzt wirklich sagen, äh, bis jetzt, äh, der dritte Teil ist bisher am schwierigsten. Oh, oh. Äh, 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 ist auf dich? Ne, sicher? Ja, kann, äh, 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 ich bin einfach ein Leckerbissen. Sagen wir es einfach mal so. Jihihi. Oh Gott, ey, die Kamera ist viel zu nah. Kann die Kamera auch ein bisschen nach hinten gehen? Du hast Mundgeruch, mein Freund. Du hast echt starken Mundgeruch. Ja, deswegen laufen wir ja auch weg. Ah, ich kann nichts einsammeln. Oh, Spino, bitte beruhigen Sie sich. Rexy, wo bist du, wenn man dich mal nicht braucht? Naja, wir brauchen ihn. So, ab in den Wald. Ich hoffe, wir finden etwas. Aber wir... Oha. Oh. Oh. Jetzt erwarte ich eine Erklärung, Mr. Kirby. Jetzt köpfen wir ihn. Alles klar. Das hat sich nicht gemacht. Das war's schon. Ui. Freie Spiel, frei. Ah. Sehr schön. Ja, Freunde, dann würde ich schon mal sagen, das war's hier von einer weiteren Folge Lego Jurassic World. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn's euch gefallen hat... Lasst uns doch ein Kombi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschuhu. Bis zum nächsten Mal. Musik See you .